Es ist ein weit verbreiteter Glaube. Während die Weihnachtsfeiertage meist grau, mild und nass über die Bühne gehen, kommt der Osterhase oft im Schneegestöber. Doch stimmt das wirklich? Wir haben uns das mal für die letzten 15 Jahre genauer angeschaut, mit einigen überraschenden Ergebnissen. Landesweit weiße Weihnachten sind ein sehr seltenes Ereignis. Das letzte Mal überall weiß war es am legendären Weihnachtsfest 2010. Damals wurden Dutzende neue Schneerekorde für Dezember aufgestellt. Zumindest regionalweise Festtage gab es im Flachland in den Jahren 2009, 2007, 2005 und 2003, auch wenn tagsüber meist leichtes Tauwetter herrschte. Für Ostern sieht die Sache etwas anders aus. Nur in den Jahren 2013 und 2008 konnte man an Ostersonntag regional eine dünne Schneedecke im Flachland messen. Diese taute jedoch im Tagesverlauf wieder weg. Wenn man sich die Höchsttemperaturen anschaut, werden die Unterschiede zwischen Weihnachten und Ostern noch deutlicher. Die kältesten Ostertage gab es, nicht überraschend, 2013 und 2008 mit Temperaturen von oft nur knapp über 0 Grad. Es geht aber auch ganz anders. In den Jahren 2014 und 2009 war der Ostersonntag richtig warm. 2007 schmolzten die Schokohasen und Ostereier sogar bei bis zu 28 Grad. Die Höchstwerte an den Weihnachtsfeiertagen sind dagegen generell deutlich kühler und eher unspektakulär. 2015, 2013 und 2012 war es ausgesprochen mild mit durchschnittlich 11 bis 13 Grad. Frostig kalt waren dagegen nur die Festtage der Jahre 2007 und 2010 mit verbreitetem Dauerfrost. Insgesamt ist das Wetter an Ostern also deutlich besser als sein Ruf. Warme Osterfeste mit teils sogar sommerlichen Werten kommen generell häufiger vor als nasskalte oder sogar winterliche. Dass der Osterhase in den letzten 15 Jahren dennoch zweimal im Schneegestöber kommen musste, ist kaum verwunderlich. Späte Kälterückfälle mit Flocken bis ins Flachland sind im März und April völlig normal.